Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, bei dem ich mal wieder über eine Sache rede, die mir in den letzten Wochen, ne Monate muss ich schon fast sagen, wirklich die Kommentare zu ballern. Auch in den Streams kommt diese Frage, in jedem Stream bestimmt mindestens 20 mal meine Mods oder die Streamzuschauer werden das wissen, nämlich die Frage, wo endet denn jetzt eigentlich der Attack on Titan Anime? Wird die komplette Serie, also der komplette Manga in diesen 16 Folgen adaptiert? Falls nicht, wo wird es zu Ende gehen? Die Diskussionen sind heiß und bestätigt ist, naja, noch nicht zu 100% alles, aber da werde ich in diesem Video drüber reden, damit ich diese Frage hoffentlich nicht mehr in den Kommentaren kriege und vielleicht auch nicht mehr in den Streams, wobei ich daran nicht glaube. Ist aber vollkommen egal Leute, wir starten direkt nach dem Intro. Ja Leute, Attack on Titan Final Season ist immer noch etwas, was für sehr viel Gesprächsstoff sorgt, wenn es darum geht, wie weit denn der Anime gehen soll und ob überhaupt eine zweite Hälfte kommt, ob sonst Filme kommen, darüber möchte ich gar nicht so explizit in diesem Video hier reden, weil das habe ich schon mal in einem anderen Video angesprochen. Ich möchte, wie gesagt, eher die Frage angehen, wie sieht es eigentlich aus? Bei welchem Kapitel wird Attack on Titan nennen? Ich muss das Ganze natürlich auch so ein bisschen in Richtung Manga-Content machen, das heißt, ich muss so ein bisschen erklären, warum ich denke, dass es wo enden wird. Ich werde das Ganze aber versuchen, wirklich sehr, sehr spoilerfrei zu halten. Ich kann aber nicht versprechen, dass nicht der Pinglichste unter euch dann sagen wird, nee, das hat mich jetzt schon irgendwie gespoilert. Naja, ist in jedem Fall klar, dass ich hier meine berühmt-berüchtigten Code-Wörter benutzen werde, die hoffentlich helfen werden, aber naja Leute, wie sieht es eigentlich jetzt mit Attack on Titan Final Season aus? Wie viele Folgen werden wir jetzt erstmal bekommen? Und ich glaube, das wissen die meisten, auch wenn Twitch mir immer wieder zeigt, dass das nicht die meisten wissen, der Attack on Titan Final Season wird vorerst nur 16 Episoden haben. Das heißt, bei Folge 16 wird es einen Cut geben. Wie dieser Cut letzten Endes aussieht, das heißt, ob wir danach eine zweite Hälfte bekommen, wie wir das schon bei Staffel 3 hatten, oder ob wir danach einen Film bekommen, was ich absolut nicht hoffe, oder wenn mindestens zwei oder drei Filme bekommen, oder ob danach einfach generell Feierabend ist. Kann auch sein, ne, vielleicht hat Mappa keinen Bock mehr. Ich würde sie nicht übel nehmen, nachdem die ganzen Vollidioten andauernden Shitstorm gegenüber denen gemacht haben und denen Morddrohungen geschickt haben, von daher, aber gut, das hoffen wir natürlich alles mal nicht. Was wir aber erstmal festhalten können, ist, wie gesagt, dass 16 Folgen bestätigt worden sind und das eben anhand der Blu-Ray-Releases. Man kann aber, glaube ich, schon mittlerweile im TV-Planer soweit sehen, dass man erkennt, 16 Folgen, da wird die letzte Folge von Attack on Titan Final Season vorerst laufen. Das wird, glaube ich, so der 29. März oder so sein, also wirklich der letzte Sonntag im März. Das wird der Tag sein, an dem die letzte Attack on Titan Final Season vorgelaufen ist und wo wir sehr, sehr wahrscheinlich dann auch die hundertprozentige Bestätigung bekommen werden. Denn, jo, wie geht's jetzt eigentlich weiter, kriegen wir einen zweiten Teil irgendwann später in einem Jahr oder kriegen wir Filme etc., da müssen wir mal abwarten. Aber die große Frage, die fast allen von euch, gerade den Manga-Lesern natürlich primär, den Manga-Lesern auf der Zunge liegt, aber auch die Anime-Onis sind da immer sehr interessiert, wie weit wird es gehen, ist natürlich, wo enden denn jetzt die ersten 16 Folgen? Wo ich euch schon mal beruhigen kann, ist, es wird zu eine Million Prozent, Leute, zu eine Million Prozent werden in diesen 16 Folgen nicht der gesamte Manga adaptiert. Das heißt, wir werden nicht bis Kapitel 139, das wird das letzte Manga-Kapitel sein von Attack on Titan, das kommt in zwei Monaten raus, das ist offiziell bestätigt, das ist das Ende von Attack on Titan. Nein, das wird zu einer Milliarde Prozent, wird das nicht in dieser 16. Folge zu sehen sein. Denn das Pacing, was wir aktuell im Anime haben, hat sich so ein bisschen angepasst. Wohingegen wir bei den ersten Folgen immer noch so zwei Kapitel pro Folge hatten, haben wir es mittlerweile so, dass es ja schon fast eng wird oder krass wird, wenn wir eineinhalb Kapitel pro Folge haben. Wir befinden uns nämlich gerade im Anime auf dem Stand von Attack on Titan, Manga-Kapitel 108. Das sind noch 31 Kapitel bis zum Ende von Attack on Titan. Und nur um euch mal ein Beispiel zu geben, die erste Staffel von Attack on Titan basierte auf 33 Kapiteln. Das heißt, erste Staffel 25 Episoden, 33 Kapitel, ihr könnt es euch denken. Also da fehlen dann doch ein paar Folgen, die wir noch haben müssten und da geht das Ganze mit Folge 16 nicht auf. Folge 16 wird folglich, ähnlich wie es bei Staffel 3 schon war, einen Cut machen. Einen sehr, sehr wahrscheinlichen Cut machen. Und die Theorien bzw. die Annahmen sind sehr lange in eine Richtung gegangen. Das heißt, die gingen sehr lange in die Richtung, dass es hieß, Kapitel 122 wird das Ende sein. Aber durch das mittlerweile entschleunigte Pacing, also dass wir wirklich pro Folge manchmal nur ein Kapitel und, keine Ahnung, fünf Seiten bekommen haben an Adaption in einer Folge. Was übrigens gut ist, Leute, das ist nichts Schlechtes, ja, versteht mich nicht falsch. Das ist was Gutes. Hier wird sich Zeit genommen für den Anime. Hier wird nicht irgendwie das Ganze gecuttet, wie beispielsweise bei Promised Neverland oder anderen Vertretern des Anime-Genres, ja. Das ist eine sehr, sehr positive Sache, muss ich nur nochmal erwähnen, weil einige lassen da irgendwie immer so einen negativen Unterton schwingen und sagen irgendwie so, ja, das ist doch kacke, wenn das so langsam vorangeht, nur eineinhalb Chapter in einer Folge. Nein, Leute, das ist eine gute Sache. Wirklich, das ist eine gute Sache. Seht es immer so, lieber sollen sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und es ein bisschen ausführlicher machen, als das Ganze zu cutten. Das ist meine Meinung dazu. Könnt ihr mir gerne auch mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Aber, Leute, wo wir jetzt natürlich gucken müssen ist, wo wird das Ende sein? Ich war sehr lange ein Vertreter vom Kapitel 122. Um hier ein Codewort zu benutzen, was da in irgendeiner Art und Weise passt, ist einfach mal so, ja, es fällt. Ja, es fällt, Leute. Ihr wisst, was damit gemeint ist, Manga-Leser. Es fällt. Und das ist für mich ein sehr, sehr starker Cliffhanger und würde sicherlich sehr, sehr viele Anime-Onlys, von denen sicherlich der ein oder andere auch gerade zuschaut, dazu triggern, den Manga zu lesen, weil man nicht Bock hat, noch ein Jahr zu warten, bis es weitergeht. Es wäre meiner Meinung nach einer der fiesesten Cliffhanger, die es so in der Anime-Geschichte jemals gegeben hat. Und aktuell muss man auch sagen, es spricht alles noch in diese Richtung, weil eben die Final Season einen Trailer bekommen hat. In diesem Trailer werden Szenen gezeigt, die erst in Kapitel 122 vorkommen. Dahingehend ist es natürlich sehr stark anzunehmen, dass wir auch bis zu diesem Punkt im Anime gehen werden. Dagegen sprechen jetzt aber sehr, sehr viele, die sagen, ja, Kev, aber guck doch mal, das Pacing in Attack on Titan. Wir haben nur noch sechs Folgen jetzt gerade in dieser ersten Hälfte, also Folge 11 bis 16. Wie wollen wir denn da insgesamt hier noch knapp 14 Kapitel adaptieren? Das wird doch sehr, sehr eng, wenn wir nicht in einigen Folgen zwei oder drei Kapitel adaptieren. Ja, auf jeden Fall, das stimmt, aber man darf nicht vergessen, dass wir auch wieder geballte Action bekommen werden in den kommenden Folgen, wo dann so ein Action-Kapitel natürlich gerne mal sehr schnell im Anime abgearbeitet ist und wir dann auch gerne mal wieder zweieinhalb Kapitel in einer Folge serviert bekommen können. Das ist etwas, was sehr, sehr möglich ist. Das haben wir ja gerade auch am Anfang der finalen Staffel, am Anfang der vierten Staffel gesehen, als wir gesehen haben, hey, da wurden direkt zwei Kapitel genommen, in die erste Folge gepackt, hat komplett gepasst, weil eben die erste Folge komplett nur Kampf und Konflikt war. So sehe ich das Ganze zumindest. Aber ich sehe auch die Argumentation von vielen, die sagen, ja komm, Kev, aber Kapitel 119, 119, das wäre doch auch so ein Ding. Übrigens war das lange Zeit eine sehr gute Annahme, beziehungsweise eine Annahme, wo ich gesagt habe, ja, könnte sehr gut sein. Und ja, Kapitel 119, Codewort Sniper, Codewort Sniper, sage ich jetzt mal so, das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich und wäre ähnlich wie Kapitel 122 ein super ekelhafter Cliffhanger, ein ähnlich ekelhafter und krasser Cliffhanger, wie es Kapitel 122 wäre. Ich finde aber persönlich, es wäre nicht so krass wie Kapitel 122. Ist aber nur meine Meinung. Ihr könnt natürlich gerne sagen, hey, ich finde Kapitel 119 wäre ein heftigerer Cliffhanger. Beide Kapitel 119 für sich sind sehr, sehr heftig. Das Problem, was ich vor allem dann aber sehe, in der zweiten Hälfte, die kommen würde, wäre, wenn wir bei Kapitel 119 den Cut machen, bei der ersten Hälfte, dann wäre das Problem, dass wir die zweite Hälfte, ja, sehr ruhig anfangen und ja, ich weiß nicht, ob sie dann daraus nur eine Folge machen. Es wird danach nämlich deutlich ruhiger erstmal, wieder für ein, zwei Folgen und diese Ruhe, sage ich jetzt mal, würde, glaube ich, viele triggern, was nicht schlimm wäre. Attack on Titan hat da bis jetzt immer drauf geschissen, ob die Leute etwas dann zu ruhig finden, zu langweilig finden, zu gestreckt finden, etc. Das ist Attack on Titan und Hajime ist ja immer schon immer egal gewesen, daher wird das keine große Gewichtung spielen, da gebe ich euch recht, falls ihr so denkt. Nichtsdestotrotz wäre das, glaube ich, nicht der beste Start für eine zweite Hälfte, denn ihr müsst euch ja vorstellen, wenn wir bei Kapitel 119 enden, ja, mit dem Sniper, sage ich jetzt mal, dann haben wir danach erstmal ein bisschen Ruhe und wir wissen gar nicht, was ist jetzt damit, was ist jetzt, was ist jetzt mit dem Ende der ersten Hälfte, wie geht es jetzt weiter? Und da werden viele Leute sich vielleicht bei der Folge direkt denken, was ist das denn jetzt für eine Kacke, ja, und wird vielleicht den einen oder anderen abschrecken, natürlich, die große Mehrheit wird nicht abgeschreckt werden, aber der eine oder andere wird abgeschreckt werden, das können wir definitiv nicht leugnen, das haben wir bei Attack on Titan schon zu oft gesehen, aber es wird natürlich keine gravierenden Folgen irgendwie für den Anime haben, dass alle sagen, ey, ich droppe den. Prinzipiell sind Kapitel 119 und Kapitel 122 meine Ankerpunkte, wo ich sage, da wird der Anime in der ersten Hälfte bei Folge 16 enden, ich plädiere immer noch zu Kapitel 122, wäre aber auch nicht enttäuscht, wenn es Kapitel 119 wird, was aber meiner Meinung nach garantiert nicht passieren wird, ist, dass der komplette Manga in dieser ersten Hälfte der Final Season abgeschlossen wird. Folge 16 wird nicht das Ende des Mangas zeigen, das wird nicht passieren, ich habe diese Annahme leider schon so oft gelesen, Leute, ihr denkt jetzt vielleicht, ich übertreibe Leute, aber ich habe Leute gesehen, die mit voller Überzeugung gesagt haben, ja, der Anime endet vor dem Manga, der macht einen Game of Thrones Move, oh Leute, nein, 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 also wirklich, ich habe keine Ahnung, wie die Leute darauf kommen, das ist absoluter Humbug, ich glaube, der Titel Attack on Titan Final Season hat hier einfach einen bitteren Beigeschmack, weil der eben dafür sorgt, dass die Leute denken, hey, wir haben 16 Folgen, heißt Final Season, 16. Folge ist Ende, das wird dafür gesorgt haben, ich finde, das ist eine sehr schlechte Kommunikation, man hätte es einfach Attack on Titan Season 4 nennen sollen und dann von mir aus hätte man aus der zweiten Hälfte dann die Final Season machen können. Wäre für mich absolut tausendmal besser gewesen, bin ja auch jemand, der das schon immer plädiert hat. Aber Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen meinen Gedankengang, was das Ganze angeht, hier nachvollziehen können, ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, gerade natürlich die Manga-Leser, ich wollte aber die Anime-Onlys und auch die einigen Manga-Leser beruhigen und denen nochmal sagen, Leute, das wird nicht passieren, die 16. Folge wird nicht das Ende des Mangas adaptieren, da könnt ihr euch zu x Millionen Prozent sicher sein, dass das nicht passieren wird. Eure Meinung zu dem ganzen Thema gerne mal unten in die Kommentarsektion, gerne auch das Video mit einem Däumchen nach oben bewerten, falls ihr mich kostenlos supporten wollt, gerne auch kostenlos abonnieren, ist auch möglich, dann verpasst ihr nichts mehr zu Attack on Titan, oben an den sozialen Medien, die findet ihr auch alle unten in der Videobeschreibung, allen voran natürlich Twitch, wo ich wöchentlich streame, unter anderem auch Attack on Titan Live-Reactions. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.